Hi Leute, ich hoffe ihr hattet ein super gutes Weihnachtsfest. Ja, heute sollte eigentlich ein Video kommen zu einem Drucker, den ich zum Review noch bekommen habe und der eigentlich dieses Jahr noch raus sollte, aber ja, leider ist was dazwischen gekommen und der Drucker möchte mitten im Review gar nicht mehr. Schlechtes Zeichen, ganz schlechtes Zeichen. Also habe ich mir überlegt, wenigstens noch einmal dieses Jahr ein Vlog-Video zu machen und zumindestens mal noch zu sagen, dass ich euch danke. Und zwar enorm, jedem Einzelnen. Ihr habt mir sehr, sehr viele Kommentare in der Vergangenheit gegeben, Verbesserungsvorschläge und ja, auch Ideen, wie ich weitermachen kann, denn es ist alles nicht ganz so einfach. Ja, ich gebe es offen und ehrlich zu, in der letzten Zeit ist das ziemlich stark mit BambuLab-Videos ausgeartet, was aber auch einfach damit zusammenhängt, dass ich jetzt hier zwei stehen habe. Ich habe mich lange gegen die Dinger gewehrt, überhaupt gar keine Frage. Bis ich einen gesehen habe, beziehungsweise bis ich mich überwunden habe und nun einen habe. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Dinger drucken eben meine ganzen Projekte und das funktioniert tadellos. Nichtsdestotrotz möchte ich aber auch dazu betonen, dass wir im nächsten Jahr 2024 wieder viel mehr mit Clipper machen müssen. Ich möchte immer noch hier Clipper als Hauptthema haben. So ein BambuLab-Drucker, ja, der läuft, der steht da rum, das Ding funktioniert. Was soll man darüber groß berichten, außer er läuft. Ja, es wird auch noch hier und da immer mal Videos geben. Unter anderem steht noch die Sydra AMS Pro Video an. Der Umbau, der kommt nochmal. Ich will nochmal ein paar Sachen zum K1 Max bringen, obwohl der mich so ein bisschen zur Weißblut bringt, weil eigentlich will ich, dass der läuft, dass der funktioniert. Aber so hundertprozentig will er nicht das, was ich machen möchte. Ich habe aber auch, wie gesagt, noch andere Projekte in der Pipeline. Unter anderem mein Buron Legacy, der jetzt schon bestimmt seit einem halben Jahr gar nicht mehr läuft. Das lag erst daran, dass erst der eine Lüfter ausgefallen ist, der den Bauraum entlüftet. Dann ist mir unten das Display abgebrochen. Dann ist irgendwann jetzt auch beim Hotend der Lüfter ausgestiegen und seitdem steht er. Das Ding hat auch schon über tausend Druckstunden drauf. Aber ja, man kommt halt nicht einfach dazu, den mal zu reparieren. Und das ist auch nochmal so ein Thema. Dann habe ich noch ein Riesenprojekt, wo ich mittlerweile schon jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr dran bin. Das ist der Umbau vom Anycubic Predator. Das stand schon immer auf der Agenda drauf. Ich kann jetzt so langsam Formen annehmen, sage ich jetzt mal dezent. Da sind Riesenumbauten dran. Ich habe da mir bestimmte Sachen ausgedacht. Und da drucken auch die X1Cs gerade schon kräftig dran an den ganzen Teilen. Denn das ist nicht ganz ohne. Das sind viele, viele Druckteile, die das denn kriegen muss, damit das am Ende des Tages so funktioniert. Ich werde auch nochmal so das eine oder andere zum Thema Clipper bringen. Es hat sich so viel geändert zu meinen ganzen Videos in der Vergangenheit. Auch da muss ich definitiv nochmal Updates bringen. Vor allem für die Leute, die jetzt mit Fertiggeräten in die Welt eingestiegen sind. Sei es zum Beispiel, wie gesagt, von Quality, die K1-Serie. Aber auch andere Hersteller haben bereits Clipper vollständig on board. Und die Leute sind einfach überfordert. Und ich sehe es auch an den Kommentaren an Altvideos, dass das alles nicht mehr funktioniert. Was auch klar ist, ich habe nie ein Update gebracht. Ja, und die Jahre vergehen schneller, als wir uns sehen können. Ich möchte mit dem Video also, wie gesagt, nur nochmal die Botschaft hinaus senden. Ich werde definitiv noch Clipper machen. Habt da keine Sorge. Da kommt noch was. Da muss auch noch was kommen. Und da gibt es auch noch ein paar Sachen zu machen. Da gibt es auch noch viele spannende andere Sachen, wie diese Projekte an den Druckern. Oder eben solche Projekte, wie ich jetzt hier gemacht habe an meinem Computer mit dem KVM-Switch. Ich habe aber auch leider Gottes negative Nachrichten. Negativ. Ich habe in letzter Zeit vermehrt Leute hier, die der Meinung sind, Kommentare drunter zu setzen, die, ja, ich sag mal nicht nett sind. Ich weiß immer noch nicht, was das soll. Von mir aus. Die Leute werde ich wahrscheinlich in 2024 immer noch an der Backe haben. Ist halt leider so. Ja, mir tut es leider leid, warum die Leute meine Videos noch gucken, weiß ich nicht. Vielleicht sollten sie einen anderen Kanal besuchen. Nur als kleinen Hinweis. Obwohl, bis hierher werden die nicht mal geschaut haben. Allen anderen danke ich jedenfalls ganz, ganz doll. Und jetzt kommt noch eine, ja, eine besondere Danksagung. Und ja, eigentlich hat es mich förmlich zu Tränen gerührt. Sven, ihr kennt ihn noch aus den News. Und zwar bezüglich des Themas Artillery, wo ich dazu aufgerufen habe, dass er ja seine, ja, gebrauchten, zurückgekommenen 3D-Artillery-Drucker, ja, ungeprüft weiterverkauft. Hat mich angeschrieben, kurz nach Weihnachten und hat mir gedankt dafür, dass das Video online gegangen ist und ich das erwähnt habe. Der Dank gehört aber mir nur zum Teil, denn ich war nur der Überbringer für euch. Alle Leute, die dort, oh, das ist, das ist so ein bisschen Herzschmerz und das ist eigentlich Freude. Und ich freue mich wirklich über so eine Wahnsinns-Community. Alle Leute, die dort ihre, ja, die Drucker gekauft haben und dafür gesorgt haben, dass der Bestand, weil Sven noch kleiner wurde, von diesen zurückgekommenen Druckern, haben ihm enorm geholfen und haben wortwörtlich den Kindern das Weihnachtsfest gerettet. Ich bin mega glücklich. Ich bin stolz auf euch. Und der Dank geht definitiv 100% weiter an euch. Wie gesagt, ich habe es nur überbracht und ich hätte niemals gedacht, dass es solche tollen Effekte hat. Großen Lob an alle. Ihr seid wirklich super klasse und ich freue mich, dass ihr dabei seid in dieser Gruppe hier und mir zuschaut. Und natürlich, dass wir da auch in Zukunft noch die ein oder andere schöne Idee haben, was wir Schönes machen können, was ich euch zeigen kann. Einfach immer Fragen stellen. Wie gesagt, E-Mails bin ich immer jederzeit offen. Ich komme zwar, wie gesagt, nicht so schnell nach, die zu beantworten, aber auch da sind Vorschläge jederzeit erwünscht. Und ich glaube, es kommt noch ein News-Video, wenn dieses Video erscheint. Ich glaube, das werde ich dann an dem Donnerstag erscheinen lassen. Und dann kommt noch ein News-Video und dann ist das Jahr zu Ende. Also sage ich jetzt schon mal, weil das in einem News-Video wahrscheinlich nicht vorkommen wird, dass ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche. Und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr genauso erfolgreich weitermachen können, wo wir jetzt aufgehört haben. Ich muss sagen, sehr erfolgreich in den letzten Tagen gewesen. Meine 10.000er-Marke habe ich nicht gesprengt, was eigentlich noch mein Ziel war. Aber gut, das kann ja noch kommen. Von daher ganz entspannt. Und das hier ist ein Hobby. Das ist ja nicht dazu da, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Auch wenn es halt manchmal für den einen oder anderen so aussieht. Also, ich wünsche euch auf alle Fälle, wie gesagt, einen guten Rutsch. Und bleibt gesund. Bis zum nächsten Vlog-Video. Ciao. Ciao.